Nummer 5 Wage es, die Freiheit auf vier Rädern zu genießen mit diesen wunderschön gestalteten Skates von Fila. Der Schuh dieser Rollschuhe ist aus einem weichen synthetischen Material gefertigt, das einen hohen Komfort bietet. Dank des Airflow-Belüftungssystems bleiben Ihre Füße immer trocken, egal wie lange Sie sie tragen. Die robuste Schiene ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über Metallwellen und einen Aluminium-Abstandhalter für besseren Halt. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Diese Inliner haben eine Besonderheit, die Sie nirgendwo sonst finden. Sie haben die Möglichkeit, mit drei oder vier Rollen zu fahren. Mit den Fila Madame Houdini-Rollschuhen können Sie Ihre Grenzen austesten. Während vier Rads-Kates für Anfängerinnen geeignet sind, da sie ein hohes Maß an Stabilität bieten, sind sie durch den Wechsel zu drei Rads-Kates eher für erfahrene Frauen geeignet, die neue Geschwindigkeitsstufen erleben wollen. Sie haben einen robusten Aluminium-Rahmen, der eine integrierte Bremse im rechten Rollschuh hat. Es handelt sich um einen bequemen Schuh aus synthetischem Material, mit einem Stoßdämpfer in der Ferse und einer 45-Grad-Schnalle für optimalen Halt. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3 Wenn Sie ein Anfänger sind und endlich den Sprung gewagt haben und Inliner brauchen, die Ihnen helfen, diese Herausforderung mit Leichtigkeit zu meistern, könnte dieses Modell von SFR genau das sein, wonach Sie suchen. Egal welche Größe Sie haben, diese Inliner passen sich Ihnen perfekt an. Ihr dreifaches Verschlusssystem, bestehend aus Schnürsenkeln, Schnallen und einem Klettverschluss, gibt Ihren Füßen zusätzlichen Halt und Stabilität. Der weiche Schuh ist äußerst bequem, und die Räder haben eine optimale Größe für unerfahrene Anfänger. Die Bremse befindet sich an der rechten Ferse. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2 Dank der Größenverstellung an der Ferse bieten diese Schlittschuhe eine große Vielseitigkeit. Sie haben ein attraktives Design mit einem weichen Stiefel, der Ihnen ein höheres Maß an Komfort bietet. Außerdem haben Sie einen Kunststoffriemen an der Oberseite, mit dem Sie sich besser an Ihren Fuß anpassen und Ihnen ein stabileres Gefühl geben. Sie sind recht leicht, denn Sie wiegen nur ein Kilogramm, so dass die Handhabung ein Kinderspiel ist. Sie haben einen Bodenrahmen aus Aluminium. Der richtige Skate hat eine integrierte Bremse, die Ihnen mehr Sicherheit gibt. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1 Sie suchen nach einer neuen und unterhaltsamen Art, sich zu bewegen? Die Velocity Skates von K2 wurden für abenteuerlustige Frauen entwickelt, die aus ihrer Routine ausbrechen wollen. Dank ihrer Kunststoffbeschichtung bieten diese Schlittschuhe ein höheres Maß an Stabilität, so dass sie auch für Anfänger geeignet sind. Der weiche Stiefel bietet eine bessere Passform und mehr Komfort. Der linke Schlittschuh hat eine montierte Bremse, die für ein sicheres Erlebnis sorgt. Mit dem Bojen-Schloss können Sie Ihre Schlittschuhe auch während des Tragens leicht einstellen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Kaufen Sie das Produkt, die für ein sicheres Erlebnis sorgt.